Ich bin noch nie so gefreut, dich zu sehen. Willst du mal bitte aufmachen? Wann kommst du da? Gib mal eine Meldung machen. Einfach geradeaus ins Studio. Ich sprech kein Fleischklops. Er will kuscheln. Hey, du kleine Hummel. Du wolltest doch kuscheln. Ich muss erst mal den Tatort dokumentieren. Kann ich jetzt gehen? Höfte und leicht klatscht es, aber keine Laus. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Ach, warum hätte ich das gewusst? Aus meiner Mutter erschossen. Wo ist sie? Werden Sie mit einer Lieferung ein Mädchen nach Moskau verkaufen? Wer hat sie? Taubschum ist besser. Du hältst sie war für gut. Fast wie dein Vater. Jetzt mal du... Vielleicht gefällt es ihr eher. Wenn es ein wenig hartes geht. Ich habe Isabella verloren. Lenny verliere ich nicht. Es will man Schickert. Schickert. Gib mir meine Tochter zurück. I burn your house down and I kill you all. Es war ein wenig hartes Geräusch. Es war ein bisschen eine Schicksến. Ich bin kein Mann. Sie können nicht schreien Listen, if you have Lenny, we'll pay you 50.000 If not, we'll kill your house and burn you All the way Er hat sich bestimmt die abgebrochene Arme Auf jeden Fall, so wie du denn deine Nase in die Faust gehämmert hast, ey